Was erwartet ihr euch jetzt von dem Training? Glaubt ihr dann, dass ihr nach dem einen Training wieder aufsteigen könnt? Das kann man so nicht sagen, aber ich glaube die Motivation wird sehr sehr hoch, soll ich nennen. Ja, so sehe ich das auch. Wir können wahrscheinlich viel von dem Training mitnehmen, was mir dann Umsetzer jetzt in der Saison. Ich war Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Da waren ein bisschen besser, die hier. Ich bin einer der Saison. Ich bin der Saison. Ich bin der Saison. Ich bin der Saison. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.